Fresh ASMR ist wieder zurück und ja, heute ich bin ja wieder Shellshock live im ASMR-Stil. Es ist wieder eins der vor produzierten Videos. Ich bin jetzt wahrscheinlich gerade im Urlaub und ja, wenn dir vieles gefallen, lass gerne kostenlos ein Abo da, weil du dann kein neues Video mehr verpasst. Und ja, ich bin ja eins gegen eins mit 400 AP. Ja, das ist schon mal ganz okay getroffen. Ich würde euch im Hintergrund wieder ein paar Trigger machen. Ich schieße meine Schlitz sehr auf ihn. Ich habe mir das mal leider nicht gegrittet. Aber ja, ich glaube es ist ein Rave ganz gut. Das ist meine erste Runde seit dem letzten Video. Das ist glaube ich schon 200 Monate her. oder auf jeden Fall eine gute Zeit her wäre. Und ja, so. Ja, das ist süß, relativ gut. Glück gehabt mit seiner Splittergranate hier. Ja, 35 Jahre ist schon mal sehr gut, 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 gut. Ähm, Lully hat komplett daneben geschossen. Das war ein Fave, aber ich schieße das mal so. Das macht immer garantiert richtig fett Schaden. Nämlich 99 Schaden. Dafür bekommen wir 10 XP. Er schießt jetzt einen Navio Roller auf und schießt jetzt mal einen Mini-Kütz drum. Oh, ja. Dann... Bro. Er ist gelieft, Lully. Er ist einfach geworden erst mal. GGs. Die erste Runde ging schon mal relativ schnell. GGs ist aber jemand, der Level 27 erst ist. Ja, dann mal schauen. Ich hab das Gefühl, es sind auch heute sehr viele, also nicht heute, aber generell jetzt gerade, ich hatte vorhin auch schon zwei Runden gespielt und mich dann selber verlassen, weil sehr schlechte Gegner und drin waren. sehr viele Neuanfänger hier sind. Ich werde ein paar Waffen spielen, die ich noch nicht auf dem Maximum habe. Damit ich die ein bisschen leveln kann. Damit es vielleicht auch ein bisschen fairer ist. Sonst hätte ich den komplett aus dem Leben. So, dann schießen wir jetzt noch ein paar Kometen. 40 Damage. 40 Damage. 40 Damage gemacht. Da muss ich jetzt schauen. Schlecht getroffen. Aber, nee. Oha. Nicht schlecht. Jetzt hoffe ich, dass die hier Damage machen. Oh. Puh. Ja Moin. Das ist ja absolut. Lol. Alter. Das war wahnsinnig viel. Damage. So. Äh. Da waren die Bälle, die Hüpfbälle noch. Hüpfangriff. Tja. Wacht schon. Besser als keiner. Besser als keiner. Dann schießen um den Bumerang. Bzw. mach die nächsten Runden. Jetzt tue ich einfach nur dieses Ding, dieses Zeug ein. Damit ich es noch ein bisschen, 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 bisschen hochleveln kann. Damit kann ich das ein wenig hochleveln. Okay, den ist aber hier ganz schön verschossen. Okay, ich pappiere. Ich habe das Gefühl, das trifft mich nur selber. Hope mich nicht so gut. анеuerle Diane hat der Satz nur fully ge signalsсы. Okay, ich war ein bisschen großartig. sewer noch nichtsehung der Satz nicht so gut. Tja, ich habe bald eine Regeneration von fünf. Ich glaube, ich werde die Versuchung in der Drohne zu töten. Aber... Ja. Ich versuche, ob noch dieses Kerbe geht, dort vorher zu holen. Damit... damit... Ich... vielleicht noch ein paar Fassungen bekomme. Vielleicht... kann ich irgendwie... ihn mit der... Mist. Ach, Manu. Manu, Manu, Manu. Der getroffen und die zweite Drohne auch. Hätte ich ihn getötet mit der Drohne? Ziemlich sicher. Wenn ich eine Granate gekriegt hätte, ist er tot. Sie will ich aber nicht. Ich... Manu, 21 Schaden. Okay, dann verrückte Pille. Manu, noch verrückte Pille. Die... Crazy Paws. Und... Und... Er hat mich einfach in der Sniper. Einfach blöd. Was ist mit mir nochmal? So. Mist. Ich will ihn nicht töten. Ich will ihn mit einer Drohne töten. Perfekt. Perfekt. Jetzt auch, was ich noch nicht mehr selber töten. Ich mach, was ich weniger schein bekomme, bis ich... die Drohne bekomme und dann... kann ich ihn töten, 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 töten. No, 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 no. Nein, nein. Oh, close. Komm ich mal wieder dahin. Geh ich mal lieber dorthin, dorthin, dorthin. Nicht, 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 nicht. Den schmeiß ich raus. Das ist so gut. Ich selber töten ist uncool. Das macht man nicht. Dafür bekommst du jetzt gleich deinen Juck. Na toll. Natürlich ist ein Pampa am Weg. Ich schieße eben ein Bouncy ballen. Flum, 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 flum. Das hat mich auch knapp verfehlt. Das hat mich auch knapp verfehlt. Ja, gut. Ich habe ihn komplett aus dem Leben gejätet. Einfach weg. Ein Schuss. So. Oddball trifft immer so schlecht. Eintriff habe ich bisher. Toll. Wahrscheinlich mache ich dann Wurfstern. Ne, den Superpixel. Ich will unbedingt den Megapixel. und den Ultra. Ich weiß gar nicht wie die letzte Stufe heißt. Ich würde mal sagen, das müsste treffen. Oh. No. Mist. Daneben. Dann aber. So. Acht. Na, super. Dann neben die 3D-Bombe. Neunzig. Was nehmen wir dann noch? Da. Nehmen wir den einen Schuss. Das war viel zu weit. Ja, gut. Nicht viel zu weit, aber zu weit für es im Verhältnis ist. Das hat man gemerkt. Wenn er sich noch ein bisschen anders positioniert. Vielleicht. Immer ein 6. Schaden. Nehme ich sofort erstmal weg. Und noch mal die albernden Bälle. Ja, 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 ja. Da trifft sich ja die ganze Zeit selber auch ein bisschen albernd. 20. Na gut. Besser als nichts. Da. Dann. Dann, 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 dann. Das könnte sein, dass es trifft. Was habe ich bekommen? Amo Versuchen Machen wir jetzt die Fiesta So, dann jetzt, wie viel hat er denn noch? 37 Ah, okay, jetzt haben wir noch ein neues bekommen Habe ich eine noch nicht gewechselt, im Next, ja, die hier hat Gepferngriff wieder Den Rest habe ich alles, Maximum, ne? Ja Dann mache ich dann vielleicht Den Schwierend Kampfjet Ohne das mal 2 Damit Er das überlebt Jetzt muss ich noch 30 machen Dann könnte der Hagel Funktionieren, funktionieren Dann versuche ich, den mit einer Drohne zu töten Ich will das einmal hinbekommen Man muss es fünfmal hinbekommen Das ist gemein Das ist gemein Das ist wieder so, ich mache euch so, dass ich die Farbe habe in der Zelle Wenn ich das nicht schreie, dann muss ich die Farbe anbettet werden, dann muss ich das noch mal sein Das ist der Fall schon mal, dann muss ich die FarbechHogle-Stelle Verpasst Bullshit I wanna kill him with the drone Shit Na gut, dann trotzdem Wir drehen noch heute am Segesrad Denn das mache ich dir in Porto anzuhören Und dann hoffe ich dir das Video gefallen Wenn das gerne kostenlos ein Like oder ein Porto anzuhören Wenn dir das Video gefallen hat Und dann sehen wir uns im nächsten Video Tschüss